Du musst mich schreien, Honey. Bitte, nein. Es ist okay. Okay, wir sind alle hier. Niemand muss das Radio zu Luke bringen. Was ist das Problem? Wir sollten wahrscheinlich herausfinden, wer was macht, bevor wir... Okay. Okay, wir sollten das jetzt machen. Und wenn wir das alles machen können, müssen wir jetzt machen. Und wenn Luke es all we got, dann wir ihn mit ihm zusammenbauen. Ich kann das machen. Und wo ist die Meeting? Mike. Ja? Clementine sollte das machen. Wieso? 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 WSC? Wieso ist das? W DU Shenanigans? Was für ein Wort? Let's go! Sie ist mit mir? Oh, verdammt. Ich habe fast vergessen. Ja. Nun, dann gehst du sie. Ich habe keine Ahnung. Warte, warte. Was ist passiert? Keine Ahnung. Nur Schuhe von einer anderen Art. Komm schon, City Mouse. Kannst du ihr einen Freizeit machen? Sie würde wirklich lieber mit uns bleiben. Menschen, die sie weiß. Sie brauchen nicht meine Hilfe? Nun, heute brauche ich es mehr. Komm schon. Ich wollte nur sicher, dass du okay bist. Ich glaubte dir nicht, als du mir über Reggie sagst. Ich warst und sah Bill, als ich dich verlassen habe. Ich dachte, selbst wenn er es getan hat, er hätte eine Art Entschuldigung machen können. Aber Bill war einfach so ein Matter-of-Fact. Wie er hat eine Weed oder etwas gemacht. Wie es musste sein. Und das war nur ein von den Momenten, wo dein Blut fliehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Deal. Was ist das für dich? Was ist das für dich? Let's do this. Ich habe schon Metal-Ging gespielt. Ich weiß, wie man noch was macht. Den werde ich töten. Was ist das für dich? Ich liebe dich, die Arschlösen. Luke? Luke? Es ist ich, Clementine. Es ist sicher, dass du rauskommst. Wenn du rauskommst. Das sieht echt alt. Er ist wahrscheinlich gut. Luke? Wo ist er? Luke? Wenn du schlappst, rauskommst! Luke? Bettwäsche? Okay. Motherfucker. Ich werde ihn so töten, alter. Ich werde ihn so töten. Ich werde ihn so töten. Dann warte und sehen, was passiert. Geh! Hey! Geh! Ich werde ihn so töten. Und wie ist es, dass wir uns für unsere Vertrauen verabschieden? Mit Trechheit? Mit Dezicht? Mit Verabschieden? Mit Verabschieden? Sie hat ihn. Ja, das sieht es aus. Wie ist es? Es geht. Was du planst, ist. Es ist fertig. Du kannst nur weg von deinen Problemen. Du kannst nur um und weg können, wenn es schwer ist. Denn es ist kein Ort, wo es nicht sein kann. So schwer ist es alles, was wir haben. Jetzt. Wir haben das durch deine fucking Schäuze. hmm Eins. Zwei. Vielleicht du... Es ist hier, ich habe es. Sonne of a bitch. Right in the face. Bill, please! Bill, there's a breach! Alright, everyone come with me. Bonnie, you stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah, okay. No supper for you all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Aber er wird sowas von sterben. We're leaving tonight. We're leaving tonight. Oh. Dang it. Ich werde ihn so umbringen. Zombie-Apokalypse hin oder her? Aber so geht das nicht. So geht das einfach nicht. Nicht mit Boyage. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie kann uns aus der PIN, wenn wir das PA-System gehen können. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Was sagst du? Look. Ich weiß, ein Teil davon ist meine Schuld. Ich weiß. Wir können nicht hier bleiben. Genau. Wir haben keine Ahnung, wie lange Alvin hat, bevor Bill just killst ihn. Wir müssen jetzt leave. Ich verstehe, was du sagst. Aber es ist riesig. Es ist ziemlich riesig, Leute. Risky? Siehst du, was das Sonne von Abyss hat? Der Plan funktioniert. Aber es ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was wir tun können. Es ist alles klar. Das ist schwierig. Das ist echt gut. Der Mann ist verrückt. Wer weiß, was wir machen? Ja. Aber es ist nicht so gut. Wenn du mit dem Mann bist, um sie zu schweigen, Sarita und kein Formel zu machen. Ich bin ein verdammter Schrauble. Schau. Wir müssen uns aufmerksam sein. Wir müssen uns Zeit nehmen. Wir müssen uns anbietern. Wir müssen eine Aufmerksamkeit. Wir müssen uns aufmerksam sein. Und das bedeutet nicht, dass sie das andere Nacht nicht mit einem anderen Tag machen. Ich weiß nicht, Leute. Luke macht Sinn. Vielleicht sollten wir uns warten. Wir sind nicht warten. Es gibt nichts da, Leute. Ich glaube, ich habe es gesehen. Es gibt kein Essen. Es gibt keine Behandlung. Es hat alles geschehen. Wo ist Kenny? Der Doktor ist da, sie arbeiten. Ich sehe nicht gut. Oh nein, komm schon. Fick dich. Ganz klare Ansage. Ohne Kenny gehe ich nicht weg. Fuckin' badass. Komm her, du Knuddelbär. Es ist alles klar. Ich mag Kenny. Kenny ist großartig. Okay. Dann, was jetzt? Wir kommen hier raus. Wie jetzt? Ja. Wo sind wir? Insofern Dinge werden schwarzen und wir müssen einen Freude machen. Wir brauchen einen Ort, um zu treffen. Wir können uns aus Parkers Runde treffen. Was ist das? Es ist eine Zivilwahr-Site, ein paar Meilen Norden. Touristenstrape. Got Signs all over. Just follow the road. We stoppen da, nachdem wir das erste Mal wegkommen. Luke und Carlos wissen, wo es ist. Es ist nicht so weit. Well, zumindest wenn ein paar Leute wissen, wo es ist, es wird es leichter finden, wenn wir geschehen. Alright, das funktioniert. Dann brauchen wir nur jemanden, um die PA zu setzen, oder? Ich meine, du kannst niemals überlegen, wer es da tun soll. Ja, guckt alle das Mädel an. Okay. 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 Okay, Outdoor Speakers on. Wollte sicher gehen, dass ich auch alles mitbekommen habe. Ich bin ein kleines Mädchen. Ich bin ein kleines Mädchen. Jetzt machen wir das Scheiße. Alvin! Okay, jetzt die Mic. Was ist falsch? Nein, nein, nein! Nein, wo sind sie? Nein, nein, nein! Ich bin ein kleines Mädchen.